Boah Leute, urviel kribbeln, genauso einfach auf der Straße. Was habe ich jetzt vor, was will ich sagen und was geht es? Was will ich euch zeigen, das kann man nie wissen, aber urleihwand, pass auf. Also ich habe mal Urkopfschmerzen, aber ich wollte euch zeigen, ich habe zwei urleihwande T-Shirts gekauft vom Dunk Shop. Kennt ihr den Dunk Shop auf der Gumbendorfer Straße? Shoutout zum Dunk Shop, wenn ihr mir das seht. Ich kaufe dort immer wieder meine T-Shirts, weil die haben so lange T-Shirts, es wird zwei Meter Latino-Model-Gesichter. Sie sind extra lang, also der ist wirklich, ah mein Kopf, sorry, mein Kopf tut weh. Also der ist wirklich sehr schön, schau, extra lang geschnitten, vorne und hinten schaut so aus. Und das zweite, und die waren beide die Hälfte, kann ich Glück gehabt, heute war 50%. Und das, schau wie lang das ist, boah, Wahnsinn, das ist urgroß. Also ich sage es, das Lustige ist, ich erschrecke mich selber, wie wir, was ich manchmal für ein Viech bin. Weil so schaut es urgroß aus, aber wenn ich das anziehe, ist das mir sogar eng. Ich mache keinen Spaß, das, so ein Viech bin ich. Das, wenn ich das anziehe, ist das sogar eng, ja. Nein, auf jeden Fall, das war auch die Hälfte, also 50%, das heißt 15 Euro plus 15 Euro, zusammen 30 Euro.